ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Wow, das ist die tollste Überraschung, die ich jemals bekommen habe. Und eindeutig besser als mein erster Plan. Eine selbstgebastelte Batterie mit Halluzinogenen. Hallogeniden. Ich war ganz schön eifersüchtig auf diesen Hannes. Das musst du nicht. Niemals. Wow, hast du an alles gedacht? Muss ein Seemann doch. Weißt du noch, du und ich, das Lagerfeuer in der Schlossruine? Getränke? Ähm, schau mal unter Terpersenning nach. Da muss auch noch Wasser sein. Planst du eine Nacht auf See? Ja, wenn schon, denn schon. Nicht jetzt? Aber dein Projekt? Ach, das kann warten. Erst schwänzen wir Unterricht, dann bleiben wir Weihnacht weg. Es gibt Ärger. Also, wenn du Schiss hast, können wir gleich wieder umdrehen. Wow, ganz schön tapp. Püppi. Gewöhnlich dran. Kürzeln. So. Prost. Amen. Hey. No. No? No. Come on. No. Ich hab von meinem Papa geträumt. Sein Papa? Manchmal haben wir nur ein, zwei Monate an einem Ort gewohnt. Ständig fremde Länder, andere Städte, neue Leute, neue Schulen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Freundschaften. Verstehst du? Wir halten ja eh nur bis zum nächsten Umzug. Bis jetzt. Alles ist, alles ist relativ normal. Alles ist, alles ist uns manchmal echt egal. Bis jetzt ein Stein hatte, nur ne Vier in Matte. Und war später mal total genial. Alles ist, alles ist... Leute, keine Panik, ich check die Lage, wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Nachbar. Kicks von mir. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020